Moin, meine lieben Freunde, wir sind weiterhin unterwegs mit Hashtag Support Your Local und wir wollen unser Zeichen in unserer schönen Stadt setzen. Es ist Corona-Zeit, das bedeutet auch ich muss zwischendurch zum Corona-Test. In diesem Falle besuchen wir dein Corona-Test hier in Barmbek auf der Fußmühle-Straße 405. Da ist aber kein Eingang. Also ich muss jetzt um die Ecke gehen, ja, hier um die Ecke, da ist nämlich der Eingang, da ist nämlich der Ausgang. Ihr wisst, Eingang, Ausgang darf natürlich nicht auf derselben Ebene sein. Ich freue mich auf einen spannenden und interessanten Gesprächspartner. Charlie Schnell hat uns eingeladen, wir freuen uns, ich gehe rein und ihr folgt mir. So, meine lieben Freunde, wir sind nun angelangt bei deincoronatest.com und hier auf der Fußmühle-Straße 405 hat die Verantwortung Charlie Schnell. Lieber Charlie, schön, dass wir hier sein dürfen. Die erste Frage an dich, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, hier in Barmbek so eine Corona-Schnellteststation aufzumachen? Und zwar hatten wir am Anfang des Jahres selber das Bedürfnis, einen Corona-Test zu machen und die Auswertung hat damals drei Tage gedauert. So, und dann ist uns die Idee gekommen, dass das wohl alles schneller gehen müsste und so sind wir auf die Idee gekommen. In Barmbek seid ihr, glaube ich, nicht mit der ersten Station unterwegs. Es gibt noch einige andere in Hamburg. Daher meine Frage, wo genau kann man euch überall treffen und welchen Test, welchen Service bietet ihr genau an? Genau, wir haben ein Testzentrum in der Fuhlsbüttler Straße, eins im Dammtor, die haben wir gleichzeitig eröffnet und das dritte ist jetzt in der Erika-Straße in Eppendorf. Ich weiß, dass es unterschiedliche Testvarianten gibt. Es gibt den sogenannten Schnelltest, den Antigen-Test, den Antikörper-Test. Ich weiß, es gibt so viele Tests. Auf was genau habt ihr euch spezialisiert? Und das Wichtigste, wie schnell bekommt der Gast, der Kunde, das Ergebnis bei euch? Wir bieten vom RKI anerkannte Schnelltest an, Antigene-Schnelltest. Und das Ergebnis gibt es innerhalb von 15 Minuten. Also, relativ unkompliziert und relativ schnell. Der letzte Punkt, der, denke ich, ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehr wichtig. Wie leuchtet denn der Ablauf? Also, das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Der Kunde kommt rein. Kannst du uns das mal kurz näher bringen und schildern? Ja, klar. Und zwar bucht der Kunde seinen Online-Termin unter www.deincoronatest.com und erscheint fünf Minuten vor dem Termin hier. Am Empfang werden seine Personalien kontrolliert. Dann bekommt er eine Testkabine zugewiesen. Und der Kollege führt dann den Rachenabstrich durch und innerhalb von 15 Minuten, wie gesagt, kriegt er das Ergebnis. Ganz simpel, ganz unkompliziert und wirklich ganz einfach. Das Ganze wird dann online quasi begonnen. Einfach auf deincoronatest.com gehen, liebe Freunde. Buchen, melden, vorbeikommen. Nach 15 Minuten habt ihr das Ergebnis. Vielen Dank, Charlie Schnell, dass wir hier sein durften. Liebe Freunde, das war unser Bericht aus Barmweg, aus der Fußballerstraße 405. Deincoronatest.com. Lautet die Website, Social Media, blenden wir natürlich auch ein. Und wir geben ab zur Werbung und danach sehen wir uns zurück im Studio.